herzlich willkommen im ring herzlich willkommen beim ersten german mittelstands pitch wir gehen jetzt gleich direkt rüber in den zweiten pitch jörn oder neumann ja moin und herzlich willkommen zum gm pitch nummer zwei mein name ist ole neumann ich bin der gründer von talent leadership und ich bin experte für team building und teamführung und ich helfe führungskräften und unternehmern ganz konkret aus jeder gruppe ein wirkliches team zu formen das ist wichtig denn die fähigkeit hochleistungsteams aufzubauen und zu etablieren zeichnet erfolgreiche führungskräfte aus so die nackte wahrheit ist oder wie wir in normen sagen würde butterball die fische ihr befindet euch mit euren business auf stürmischer see warum die dynamik in euren märkten nimmt jeden tag weiter zu das veränderungstempo einfach rasant die informationsflut kaum beherrschbar und die kunden eure kunden werden von tag zu tag zickiger der wettbewerb härter in diesem anfordernden business und umfeld bleibt für die mitarbeiter normalerweise kaum zeit besteht zudem die gefahr dass die geschäftsziele nicht erreicht werden beobachtet man oft und das reflexartig der druck auf einzelne erhöht wird doch intuitiv wisst ihr und spürt ihr dass man mit einer gruppe von einzelkämpfern und fehlendem teamgeist die aufgaben die wichtigen kundenanforderungen nicht erfüllen kann und jetzt auch noch das zunehmend arbeiten eure mitarbeiter auch noch im home office das heißt ihr fragt euch wie führe ich die auf distanz wie erreiche ich die was macht das mit ihrer motivation welchen einfluss hat das auf unsere ergebnisse und normal ist jeder mit dieser ausgangsfrage überfordert und das ist genau der grund warum ich das turn and learn konzept entwickelt habe und zwar ist das ein etwas anderes team building das ist ein fünfstufiger strukturierte prozess der an ungewöhnlichen orten stattfindet unter anderem an bord einer segeljacht warum das bordleben ist ein idealer verstärker für die team entwicklung denn in besonderen situationen zeigen die menschen ihre fähigkeiten also ihre stärken aber auch ihre schwächen fair genug aber vor allen dingen emotionen ja also sie erleben hautnah diesen einzigartigen team building mechanismus und zwar erstens dass man teamführung lernen kann warum es für das team ist wichtig ist seine komfortzone zu verlassen und warum die begeisterung der schlüssel für ein nachhaltiges wachstum ist und der umstand der aus jeder gruppe ein wirkliches team formen lässt also ein team das mit seiner leidenschaft und energie den kunden seine ideen zeigt und sie entsprechend begeistert und was tun begeisterte kunden richtig sie kaufen und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt dann freue ich mich jetzt gleich auf eure fragen vielen dank großartig dann bin ich schon gleich gespannt welche fragen doch gleich im nachgang kommen ferner engolf carola wer startet von euch ja team building spannendes thema ich überlege mir auch jedes mal für mein team wo könnten wir hingehen wo ist es wirklich cool die idee an außergewöhnliche orte zu gehen ist noch nicht so ganz neu würde ich sagen was ist jetzt trotzdem noch mal der unterschied zu deinem angebot dass du sagst ja gut ich meine auf dem himalaya kann jeder gehen aber mit mir auf dem himalaya gehen ist noch cooler kommen selber danke carola für die frage aus einem sehr anspruchsvollen umfeld jahrelang vertrieb und service mittelstand und konzern geleitet und hat genau den punkt den du auch immer sagst ja das kann man einmal machen dann findet so ein team building statt und puff ist es vorbei und nach zwei wochen erinnert sich da keiner mehr dran und die frage ist was passiert dann mit dem team und deswegen hatte ich eingangs auch erklärt dass ich einen fünfstufigen prozess anbiete der im prinzip das team für gut zwölf monate begleitet also vom anfang bis zum ende das geht neben dem kulturcheck und einer trocken doch übung das kann man im hafen machen oder eben halt auch on site wo ich den führungskräften und den mitarbeitern erstmal überhaupt die eckpfeiler der team orientierten führung erkläre näher bringe und erst im dritten schritt gehe ich aufs segelschiff und dann hat man im vierten schritt auch die möglichkeit dies erlernte und gewillt um das wissen dann zu vertiefen und dann auch die führungskräfte zu begleiten da hast du die 90 kunden wieder reingeholt so dann haben wir eine weitere frage entweder von werner oder von ingolf dann würde ich gleich anfangen wenn ich darf mal ein bisschen vor meine ich habe eine zweigeteilte frage die eine frage wie groß dürfen denn die teams sein oder bist du nur was von der maximalen größe hast du die teams und das zweite ist natürlich in der aktuellen zeit auch gibt es eine art corona edition ja auch vielen dank für die frage werner es dürfen maximal also wenn wir an bord einer segeljagd sprechen zehn personen sein ja die zusammen dann agieren können es wird darüber hinaus wird es denn zu viel ist die unternehmensgröße oder die teilnehmergröße kann man das aber auch auf zwei boote verteilen ist kein problem und das corona ersatz programm ist so wie ich vorher vielleicht auch schon angedeutet habe da das ja ein fünf stufiger fünfteiliger prozess ist der beginnt mit einem kultur check auf der firmenseite und auch mit einer eintägigen veranstaltung dem sogenannten trockendock wo ich auf die grundpfeiler der teamorientierten führung eingehen kann man das auch und zeit machen und auch erst dann wenn man dann gesegelt hat und das verarbeitet hat hat man dann die möglichkeit in schritt vier das zu reflektieren und zu verarbeiten und im fünften schritt tatsächlich dann die führungskraft und das team im coaching zu begleiten also so findet nur ein element an 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 bord an der segeljagd statt die nächste frage ja oder von meiner seite die frage du hast die aussage gebracht du machst aus jeder gruppe ein erfolgreiches team ist sehr sehr sportlich ich will mal behaupten die die lebenserfahrung zeigt dass es nicht mit jeder gruppe möglich ist und von apfel in der kiste hast dann wirst du den kaum zu einem attraktiven roten apfel umformen können wie gehst du mit solchen fällen um das stimmt das ist aber auch keine ausschließlichkeit an der stelle vielen lieben dank für die frage in golf und das ist tatsächlich immer genau der eine punkt wenn man sagt es ist immer einer dabei der das alles doof findet der das alles alles nicht will der das alles nicht mag aber durch diesen mechanismus durch diesen team building mechanismus in dem man versucht charmant die leute aus ihrer komfortzone zu bringen und das tatsächlich dann nachher auch in das tägliche business trägt christ und die leute über die spur und deswegen auch was nachhaltiges christ du die tatsächlich mit mit energie und mit lust daran dass sie sich am team beteiligen ganz kurzfristig wird das für eine aktion nicht gehen dann sind die nicht bei dir und da bin ich auch bei dir dass die das nicht sind aber wenn du tatsächlich das ernst meinst und da ist die führungskraft selber die einen kooperativen führungsstil gerne mag gefragt dann schaffst du das aber natürlich dann auch nur über den langen atem also der ole hat jetzt mit dem timer wirklich super 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 im griff lieben dank ich schade schon mal die umfrage an alle diesmal jetzt habe ich die diskussionsteilnehmer abstimmen kann mit angehakt das gucken wir ob ihr dann möglicherweise auch mit abstimmen dürfte oder ob jetzt möglicherweise nur noch die diskussionsteilnehmer abstimmen dürfen das wäre jetzt geht es jetzt geht es okay ich hoffe der teilnehmer also die zuschauer abstimmen können kleiner hinweis an die zuschauer wenn wir die offizielle sendezeit sozusagen zu ende haben würde ich alle zuschauer die jetzt noch drin sind als diskussionsteilnehmer sozusagen hoch hochziehen dann können wir im anschluss noch kurz mal über dieses format gemeinsam reden wie es ihr erlebt habt also bleibt gerne sozusagen noch dran und jetzt schauen wir mal was in abstimmen hier kommt